Ich möchte mit euch was gucken, das habe ich neulich auf der Couch geguckt und ich habe mich nicht aufgeregt, aber ich fand's, ich habe einfach mir gedacht, das muss ich mir aufheben für mit den Leuten, das muss ich mit jemandem zusammen gucken, in diesem Fall mit euch, weil ich darüber reden möchte, ich muss darüber reden, ich kann das mir nicht zu Hause alleine angucken und zwar kurz zuvor Info. Das ist ein Kanal, den habe ich irgendwie neulich entdeckt und bin da ein bisschen hängen geblieben, obwohl ich den Typen, der das macht, überhaupt irgendwie gar nicht so cool finde, also einfach nur wie er es macht, der macht so Reise-Vlogs, aber halt so erste Klasse Emirates, weißt du, so my, in the most expensive Emirates flight to Dubai oder so ein Scheiß, der ganze Kanal ist voll mit sowas, weil ich bin ja jemand, ich finde das auch immer faszinierend, wie so eine ultra erste Klasse irgendwie in einem Jumbo aussieht und so, was da alles abgeht, das macht er dann. So, wir gucken uns das jetzt an, weil Leute, ich habe es ungefähr bis hier geschaut und da habe ich gesagt, nee, das gucke ich mit euch an, das halte ich nicht aus. Ich muss vorweg sagen, ich habe jetzt wirklich, glaube ich, schon zehn Videos von dem geguckt, der redet immer so, pass auf, es ist immer so. Today, I'm gonna take you on a cruise ship that will blow your mind. This is the most luxurious cruise ship in the world. We are gonna go and check out the first class cabin. Das ist so, der redet so affektiert, das gibt mir so auf den Sack. Ich, ihr werdet's gleich werfen, wie, und der macht auch dann Off-Texte. Der redet immer so, wie so Nachrichtensprächer so. And this was only the start of the trip. I today, I'm gonna take you on a tour. So, ich sage jetzt mal nichts, ich habe es jetzt nachgemacht und jetzt könnt ihr ja selber entscheiden, ob ich das gut nachgemacht habe oder nicht. Achtung. This luxury cruise, the 80 hours from Miami to the Caribbean, I'm staying in the best and largest suite you've seen at sea, complete with living room, music studio and huge balcony. A huge balcony. I'll say my dad in a dominator. I'll say my dad in a dominator. I'm a dominator, huge balcony. Ey, es ist, es ist einfach, macht mich so fertig. Und wirklich zehn Videos bin ich ja da drin und wie gesagt, nichts gegen den Persönlich. Keine Ahnung, ist halt sein Stil, es scheint ja gut anzukommen. Ich finde es einfach nur, bis es irgendwann, ich habe das zehn Videos geguckt und mir nie darüber Gedanken gehabt und dann irgendwann nach dem zehnten Video meinte ich so, habe ich richtig gemeint, hey, warum denke ich jetzt schon im Kopf, habe ich schon diese Stimme gehabt von ihm in meinem Kopf? I'm gonna go to the kitchen and I'm gonna get myself a toast. This toast will be amazing for me to eat right now. Aber warum ich eigentlich das gucken, wenn mit euch kommt noch? Ich wollte nur so ein bisschen reinholen in die Welt von Track Trendy. Dieses Schiff, Leute. Ich lasse es jetzt laufen. Ihr werdet sehen, glaube ich, was ich meine. 15,000 Dollars. 15,000 Dollars. Okay, so I invited along for the journey from fine dining in the 20 restaurants, pool parties, opulent spa and walking the plank. With that, let's pick up my story in Miami, Florida. From that, let's pick up my story in Miami, Florida. Es ist so krass, er redet nur so die ganze Zeit. All virgin voyages in the US von der Port Miami Cruise Terminal rund um eine 15-Minute-Taxi-Ride aus dem Airport. Es ist das busiest-Cruise-Port in der Welt mit 5 Millionen Passagern die hier alle Jahrzehnte kommen. Okay, aber ab jetzt, es geht jetzt nicht mehr um die Stimme. Ich habe es jetzt aus meinem System, dieses Ganze, dass er so redet. Na, darum geht es jetzt gar nicht. Wir wollen denn jetzt nicht, dass wir die ganze Fahrt verarschen, ne? Das haben wir jetzt, glaube ich, rausge... Ich habe das jetzt aus meinem System. I got it out. Aber jetzt geht es wirklich... Guckt mal bitte zu. Ich lasse jetzt wirklich mal kurz ein bisschen laufen. Weil ich will, dass ihr das selber seht, was ich da wahrgenommen habe mit diesem Schiff. Und ich will aber euch jetzt noch nicht was vorwegnehmen, damit ihr voreingenommen seid, was ich da meine. Aber ich glaube, ihr werdet schon checken. As our ship comes into view, the excitement kicks in. This is Millioni's first cruise and on one of the world's newest to boot. Well, hello there and welcome to the beautiful Miami. Will you join me at the cruise terminal? Of course, we're gonna be going, not on this one, but on the Virgin Voyager Scarlet Lady. I thought they were gonna go on the other one, but they were even down on the other one. They were on the Virgin one, you know? I thought they were gonna go on the other one. Warum haben die so viele Koffer dabei? Für wie lang gehen die? Drei Jahre? ...delivered to our cabin a little later. We're also informed there's a special boarding area for suites passengers or what Virgin... Die Jacke ist auch absolut, absolut all over the place. Sag mal, das ist ein bisschen die Hauptstadt... Das ist das Miami-Pondor-Zu-Hauptstadt-Rocker anscheinend. Jinkols' Rockstars, located further along the terminal, in Palm Way. It's similar to an airline... Warte, man muss dreimal am Tag die Kleidung wechseln müssen. Ist das wirklich so? Äh, äh, auf so Cruise-Ships? Das könnte ja wirklich sein. Ich weiß nicht, ob das sind Gags, aber ich glaube, manchmal haben die echt so, ähm... Achso, das war ein Gag. Aber ich glaube, es gibt wirklich so Cruise-Ships und so, oder so Luxus-Dinger, dass man wirklich, äh, immer so ne, äh, verschiedene Sachen anziehen muss. On-Board-Credit-Card. Das ist... Das ist doch übelst der Scheiß! Das ist die Private Lounge! Für die erste Klasse! Was ist das heute? Das ist einfach so... Das ist einfach so ein hässliches... Was soll das? Eine Halbcouch? Und dieser hässliche Tisch? Ach, das ist voll der Scheiß, Mann! Das ist die Private Lounge vom Check-It, Alter! Reserved! Und die Namen, Alter! Was soll das? Ich weiß... Hab's ja gehört! 15.000 Euro hat das Ticket gekostet, oder was haben die gesagt? Also wir reden hier wirklich so, die haben ordentlich was ausgegeben. I don't know. In contrast, if you're a non-sweet guest, you'll have a longer wait-time. Although this should be only about 10-15 Minuten, I'm told. Next, we'll head over to the Gangway. It's time to get on the Scarlet Lady. I still find it hard to comprehend the size of these mammoth ships, which are like small floating cities. Ey, das Schiff... Sorry. Das sieht so scheiße aus. Das ist so ein hässliches Schiff. Das sieht aus wie ein Ibis-Hotelzimmer als Schiff. Dieses rote, plastikrunden Ecken und so, das sieht so scheiße aus. In fact, to give it some perspective, our ship is 917 feet. Hat ja nicht mal Kanonen. Okay, chat, immer gut. Hat nicht mal Kanonen. Jetzt kommt natürlich der typische Hochhaus-Vergleich. Na klar, weil sonst können wir uns das nicht vorstellen, ne? Aber ich bräuchte eigentlich ein paar Fußballfelder, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ohne Fußballfelder kann ich mir keine Größen vorstellen. Making her two thirds the size of the Empire State Building. Crikey. We're welcomed on board by two crew members and a megaphone? Yeah, quite different to Cunard. Hier bin ich schon gestresst. Hier bin ich schon, wenn ich da Gast bin, bin ich schon... Scheiße, das wird kacke. Fuck. Das sind so Animateure überall und die sind so crazy drauf und die schreien mich mit dem Megafon an schon beim Boarden. Bitte nein. Fuck, was haben wir nur getan? Ich will zu dem anderen Schiff. Ultra hässlich. Ultra hässlich. Geht gar nicht. So ungemütlich, so kalt, überall diese, diese ekligen, was weiß ich, sieht aus wie ein Puff. Das sieht wieder aus wie von Boko de Mene. Ja. Ja, Leute, jetzt kommen wir langsam rein. Ich mach auch grad viel zu oft Stopp. I know. Ich lass es jetzt ab jetzt ein bisschen länger laufen, aber das ist halt alles, was ich jetzt... Bis jetzt, das ist alles, was ich gesehen hab und deswegen kann ich da viel kommentieren zu, weil ich will euch so ein bisschen abholen mit, was ich mir da gedacht hab. Jetzt kann ich das eigentlich mit euch teilen. Ab danach gucken wir zusammen einfach. Was mir aufhört, werde ich halt ansprechen. Boah, weißt du, wie ein Puff aussieht? Weiß ich nicht. Ah, ich könnte jetzt einen Mutterwitz machen, ich mach jetzt aber nicht. Ah, der wär schon gut gewesen, hätte ich gesagt. ich bin öfters bei deiner Mutter. Wär schon gut gewesen. Ach komm, naja. Finally, we've made it to the forward section of the ship and we're met by our butler, David, who promptly shows us over to our suite. There are actually only two of these massive suites on board and ours is on the starboard side. Time to see what a mega rockstar suite is really like. Leute, ich sag's jetzt einfach. Das Zimmer, was jetzt kommt, ist meiner Meinung nach das hässlichste Zimmer, was es einfach geben kann. 15.000 Dollar oder Euro Rockstar Suite. Mehr Robert Geiss oder so Pseudo-Rockstar geht nicht wie dieses Zimmer, werdet ihr gleich sehen. Das ist genau so, das ist das, was reiche Leute denken, was Rockstars mögen, ist das. Schau vor, der redet auch beim Essen immer so, wenn die dann so chillen, irgendwie so, yeah, Millie, I think I will take the steak. This steak is rather delicious. As we have a couple of hours before departure, let's take a proper look around our retrofuturism 2000 square foot suite designed by Tom Dixon. Wer ist Tom Dixon? It's unlike anything I've come across on land. Bitte Leute, seid ihr bitte meine Meinung. Das sieht so scheiße aus. Diese Couch ist so uneinladend. Da will ich überhaupt, das sieht aus, also wirklich, als wäre das so eine Couch von so einem Pornoset, damit man die besser putzen kann. So steril und so völlig hart, überhaupt nicht gemütlich. So ungemütlich, man. Das ist wie so, keine Ahnung, wie in so einem weirden Sexkeller oder so. Die ganzen Kabel gucken überall raus, sind es überhaupt nicht schön verarbeitet. I don't know, was soll das? Oh, das ist so cool. Das ist so Rockstar, oder Leute? Es ist so Rockstar, das ist eine Oh, das ist ein Platzspiel im Vinyl, das ist Rockstar. Nur billige Sachen, also nur die Sachen, die du auch original beim Netto mit dem Hund kriegst. Fucking normaler Jack Daniels, normaler Bacardi, das ist einfach, da ist nichts krasses dabei, nochmal, erste Klasse, 15.000 Euro, ne? Aber, aber es ist wohl, es ist wohl bottomless, hat er gesagt, also du kannst flat rates saufen, von daher, naja. Wie in jedem billigen Hotel? David! Adjacent to the living room is a half bathroom, which is useful if you have guests over for a pizza party. Virgin's wife now for the music room, which plays host to a selection of guitars. Shame I can't play, but I'll have to give it a go. There's also a PlayStation 4 at hand, along with the Let's go. Guck dir, wie billig das ist. Leute, bitte, jetzt checkt ihr, was ich meine. Das ist das Billigste. Ey, das sieht aus wie bei meinem 15-jährigen Cousin zu Hause. Einfach so ein paar random, so ein paar random PS4-Spiele. So die, die, die Standard-Fanbedienung von jedem Billo-Hotel. Und das sind voll die Kack-Games. Was soll das? Ich find das so armselig. Das ist so, und hier das Kabel hängt hier raus. Das ist überhaupt nicht Luxus einfach. Das ist nicht Luxus, Mann. Large-Flat-Screen-TV. Large-Flat- Naja, geht. Und vor allem, wo soll man da sitzen? Warum sind die Gitarren hier? Als ob da irgendjemand sitzt und irgendwie Gitarre spielt. Ich versteh das nicht. Das sieht okay aus, würde ich sagen. Ich mein, du darfst ja nicht vergessen, sie sind immer noch auf dem Schiff. Das ist okay. Warum? Das ist eine von diesen, wie bei der, bei FBI, diese Spiegel, wo man nur von der einen Seite reingucken kann. Einseitiger Spiegel, habt ihr das gerade gehört? Das heißt, du kannst vom Schlafzimmer da sitzen und gucken, wie deine Freundin duscht oder was auch immer oder umgekehrt. Aber wisst ihr was, Leute? Ist halt Rockstar-Leben, oder? Sex, drugs und rock'n'roll, oder? Ja, die wollen auch in Ruhe kacken. Alter, was soll das? Auch Rockstars wollen einfach mal Privatsphäre haben, mal für zwei Minuten auf dem Schiff. Aber nein, Two-Way, One-Way-Mirror scheiße, Alter, was ist das für eine Scheiße? Sex, drugs und spannen. Aber ich, Leute, es ist so dumm. Ich komm nicht klar, ich find das alles so dumm. Brutal hässlich, so ungemütlich, kein Bock. Freestanding? Das ist einfach an der Wand dran, Kollege. Ich weiß nicht, was du unter freestanding verstehst. Also freestanding an der Wand, genau. Jetzt weiß ich, wenn ich jetzt ein bisschen pingelig bin, Kollege, später. Lastly and most impressively is the outside and almost double the insides. Okay, guck mal, da hab ich auch, da muss ich kurz, ich finde das so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das ist eine krasse Reizüberflutung. Ich finde das sind zu viele Winkel, zu viele verschiedene, also ist schon erstmal geil, klar, du bist auf dem Schiff und hast dein eigenes Deck, das ist Hammer, guck mal, ist ja voll groß, Jacuzzi und so. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist so hässlich, allein das hier, dieses Ding da zum Sitzen, das sind zu viele Elemente, alles ist eckig, alles ist so völlig ungemütlich, so und diese lila Farbe und alles ist einfach so Horror. Okay, ab jetzt ist neu für mich, ab jetzt ist komplett neu und jetzt gucken wir zusammen. Alles, was ich jetzt sehe, habe ich noch nicht gesehen. In Cabin Television. No way. Das ist deren Safety Video? So von wegen, wir machen jetzt einen auf alles so voll Rock und so? Oh mein Gott. Virgin provide for Ey, schau mal vor, du guckst das so an und sitzt da so mit deiner, äh, mit deiner Live-Vest, während wirklich das Schiff gerade so untergeht, weil irgendwie, es geht einfach nicht, wir müssen dann mal dieses Safety Video spielen und du bist voll so und das Schiff geht fast so unter. Safety, rules, keine Ahnung, aber sag mal jetzt, wo es lang geht, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist so dumm. Warte mal, free-flowing Champagne, das heißt, haben wir ein paar Luxusleute im Chat. Heißt das, was ich darunter verstehe? Du hast die ganze Reise lang umsonst Champagner. Weil ganz ehrlich, ey, ich bin ja so ein schwerer Nöter, ich wäre ja jemand, ich würde das halt eins zu eins annehmen, ich glaube, mich würden die rausschmeißen aus dem Schiff. Ich wäre dann einfach wirklich so, ja, ich bin jetzt, ich trinke einfach, bitte lassen Sie es immer kommen. Ich werde nichts anderes trinken. Ich, nee, ich wäre so einer, ich würde es mir in so Kanister abfüllen und dann so tun, als wären das meine Koffer am Ende und so rausgegeben zu Schabbat hier. Der Schwabe auf dem Cross-Chip. Alles rock'n'roll, Moet. Sieht viel cooler aus, das Schiff. Natürlich, Dabstep. ist actually located direkt below our Cabin on Deck 14. Als wir die Crew springen in action, wir bekommen unsere obligativen Fotos auf dem Helm. Und natürlich Millie wird diese sehr besondere Aufgabe gegeben. Oh, da hätte ich auch mal Bock drauf. Das würde ich auch gerne mal machen, so dieses Hornblasen da. Aber guck mal, jetzt, warte, ich habe euch jetzt glaube ich erwischt, jetzt sind wir schon so lange dabei, dass ihr euch auch an diesen Sing-Sang von seiner Sprache gewöhnt habt, ne? Man kommt da so rein, es wie so, man wird hypnotisiert von diesem What an amazing way to start the trip. I know this isn't some PR stunt. I'm a regular paying passenger today and they have no idea I was coming to film. Most impressive. I don't know. Right, let's get ready for our first dinner on board. The bathroom is honestly comparable to some of the very best suites I've stayed on land. I would da einfach, guck mal, da auch so volles Billigzeug hier. Siehst du doch gleich. Und coupled with a powerful rainfall shower and one happy sailor. Ich fände es so lustig, wenn er nicht drauf achtet, wenn er sich in irgendeine Armatur einfach so seinen Schwanz wieder so spiegelt oder so und er nicht drauf achtet. in so einem Türknopf oder so, weißt du? So there's no dress code. Oh, die Tür. Können wir frame by frame machen? Wer weiß? Guck mal, hier die Tür ist schon verdächtig hier. Das Gold. So there's no machen. Oh mein Gott, Leute, bitte nicht. Aber ich will es jetzt irgendwie wissen. Ich könnte es jetzt in Slow oder? Komm, scheiß doch, wenn. Das könnt ihr selber machen. Mit Punkt und Komma, ja, aber ich mache das jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, ich glaube nicht, dass man da was sieht. Ich hoffe, du möchtest meine christmas Sox. Nein, nicht wirklich. Okay, wir gehen zum Essen. Während es sind Stairs, ich denke, die Reise nach acht Flas wäre ein bisschen mehr komfortabel via Elevator. In terms of Restaurants sind mehr als 20 auf Board mit no special ... 20 Restaurants? 20 Restaurants ist einfach Karstadt Erfolg, genau. Nina sagt irgendwie alles so wannabe rich feeling. finde ich auch. Aber wir gucken mal weiter. Was ist der Stern? Vorne. David! Er hat ein Unlimited Bar Tab mit einem Maximum von 25 Dollar per Drink. Okay, das heißt, sie können so viel wollen, aber ein Drink darf nicht mehr als 25 kosten. Das heißt, sie können sich hier nicht den Stacks Leap Wein Zellers holen und die Sachen. Ich wäre dann so einer, komm, hau mir die Hucke voll mit dem San Francis durch. Wir haben prompt led over to the best table in the house, featuring a distant view of the Miami skyline. As mentioned, food is all included, however, you can upgrade some elements if you want to splurge. Spurge. I went for more Champagne. Do you see the common theme here? We served some delicious fresh bread and within minutes our starters arrive. Millie went for the clam chowder whilst I opt for the wedge salad. Was? Was soll es sein? Ein bisschen Speck, Mayo in so einem Eisberg Salat? Ey, das sieht doch nicht gut aus, Leute, come on. Nochmal, 15.000 Euro, ne? 15.000 Euro? 15.000 Euro, ein bisschen, das sieht irgendwie scheiße aus. Both are delicious. Now for the main event. Ach, kommt bitte, Leute, ey, das sieht doch nicht gut aus. Das sieht doch nicht gut aus. Kann mir doch keiner was erzählen. Spargel mit Remoulade oder was? Nee, komm. Ich weiß nicht, ob es an der Kamera liegt oder so. Das Steak sieht überhaupt nicht appetitlich aus. Nicht, dass ihr denkt, dass ich die ganze nur lästern will und was zum lästern suche. Ich bin wirklich von diesem Video ist einfach, ich finde das so, sieht furztrocken aus, in terms of taste there wasn't really the option to cook to your preference with medium rare looking like this though thankfully it's still really tasty. For dessert all decisions they all look wonderful so we go for the lemon cheesecake and my preference the lake signature chocolate mousse which decadent crikey I'm gonna need to check out the gym facilities after all this food however we now have a show to attend over at the front of the ship in the red room the room that's the puff right multiple shows on offer each night from cabaret to the circus however this show is entitled well untitled dance show party thing really wait this show is entitled well untitled untitled dance show party thing das ist doch fast schon frech das könnte von mir sein das könnte ein Stream Titel von mir sein weil ich einfach keinen Bock habe was rein zu geben dance show party thing and now for a quick word from vessi you know me by now to share with you the best okay jetzt seine extra werbung doppelt geht jetzt die show was passiert hier what so so good hasn't it just been amazing the scarlet lady is truly a unique experience however we're only at the very beginning of a what five-day cruise so what's gonna be in store for us the next few days i wonder who knows what was that ah diese art our room has been turned down for the evening so we're gonna go get some rest in store das so smugness einfach ich weiß auch nicht ich will nicht aber ich kann es ist so er schläft mit bademantel ja chat jetzt brav chat ja das ist auch ein geiler shot ey das ist so rockstar Leute ich finde das so komisch hier mit diesem mit diesem mit diesem Zaun da und so das sieht irgendwie kann man da überhaupt drüber schlong im schatten frage zeichen ich werde jetzt nicht zurückspulen und irgendeinen schlong im schatten suchen da kann man gar nicht so richtig gucken aus sicherheitsgründen ein catwalk table ja das includes stairs to walk on top of the table now that's rockstar oh goodness oh wow 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 that's rockstar auf den tisch laufen krass ist ein catwalk table leute das ist halt so ey das ist einfach scheiße da zu sitzen man das sieht einfach ungemütlich aus ich weiß ich kann es nicht in worte fass vielleicht ist auch einfach so ein bestimmter geschmack der meinen gar nicht trifft aber ich scheiße ist es vorne ja ist vorne das cool ich wette er macht irgendwas ok pass auf ich wette er macht jetzt eine titanic referenz genau wie ich es gerade gemacht habe ok das ist aber nice ich bin ja nicht nur am motzen das scheiß drauf wie es aussieht das ist eine geile stelle um zu chillen so raus zu gucken ganz weit oben mit dem Pimmel auf die Hupe drücken ist Rockstar das wäre schon witzig vor allem bei diesem Horn wäre schon gut finde ich witzig auch überall dieses komische lila Licht es gibt auch so ein Hotel in jetzt weiß ich woran mich das alles erinnert Leute jetzt weiß ich woran mich das alles erinnert ganz kurz jetzt ist mir schlagartig klar geworden und zwar Enhau Hotel Berlin vielleicht kennt das ein paar von euch das ist auch so Horror das sieht genauso aus das ist genau diese Art Design warte mal Enhau Berlin kann man irgendwie so die Zimmer sehen oder so seht ihr was ich mal ich sieht mal das hier so ein bisschen in dem Bild schon kann man auch alles lila weißt du diese lila Geschichte hier ich weiß nicht ob man jetzt Bilder noch irgendwie sieht Konferenzräume vielleicht ne warte mal hier die Penthouse guck mal hier warte das ist so dieser Style versteht ihr was ich meine hier ist auch ne Gitarre das ist so dieser ganz weirde so das sind so das ist so einfach geschmacklos das ist einfach geschmacklos von Leuten die überhaupt keine Ahnung was haben was so Rocky ist und denken so Plastik was soll das ey das ist ja der gleiche Designer kann das sein das ist doch der gleiche Designer das sieht alles genau gleich aus auch so das ist auch ne freistehende Badewanne naja gut ich hätte da einen epileptischen Anfall sofort Essentially this means there's a mix of healthy options and well naughty ones the perfect combo if you ask me Was ist denn eine naughty option Was ist eine naughty option beim Frühstück Speck oder was Pommes We'll start off with the all important caffeine hit and I'm happy to report these are properly made by an espresso machine Ja und Mein fucking Kaffee zu Hause ist auch von einer Espresso Maschine gemacht Millie went for the coconut milk fairy taste of the naughty variety the avo toast with sriracha and watermelon radish a strong start but worry not this is brunch so we're not stopping there Millie went for the razzle dazzle breakfast and I've gone all out with a fried chicken sandwich I did stop short of having fries but well they're gonna have to roll me off this ship if I'm not careful we agree the breakfast is fantastic though with unfortunately quite patchy service but I guess that's just down to being such a popular venue right I make it time to explore the outside of this massive ship first up the outer deck this sadly doesn't wrap all the way around her so you can't do laps like I enjoyed so much on the Queen Mary 2 but we have access to something a little more special join us as we have to that actually sind those Briten what weil guck mal, wie viel der dreht, ne, also der arbeitet auf jeden Fall für sein Geld, ich meine, der hat ja hier die, was haben wir gesagt, 700.000 Views und der Kanal hat 618.000 Abonnenten, also der wird auf jeden Fall gut leben können von YouTube und ja, das ist halt schon auch Arbeit, ne, du musst jedes Schnittbild, immer, immer dieses, der hätte ich halt gar keinen, also ich sag euch so, das ist wirklich kein Urlaub für ihn, glaube ich, der ist wirklich die meiste Zeit und immer bei den geilsten Sachen, so wie Essen und so, muss er immer erstmal Schnittbilder machen, dann immer dieses hinlaufen und den ersten Schluck muss man filmen und so, weiß nicht, ich glaube, das ist schon echt Arbeit, also für mich ist wirklich so der Horrorjob, also denke ich so, so Vlogger sein ist, glaube ich, also professioneller Reisevlogger ist, glaube ich, echt super, super anstrengend und schwer, weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Aside from drinks, there are light snacks provided throughout the day. Time to challenge Millie to the spicy popcorn basket. Aber schau mal vor, du bist so mit denen unterwegs und du bist der Dritte im Bunde und bist halt kein Vlogger und die ganze Zeit musst du immer so, kriegst das Essen und dann so, Achso, musst du warten, ja. Und dann macht er erstmal so Und dann muss er noch, okay, wir müssen noch Schnittbilder machen, wie ich das Essen hole. Ja, warte, wir müssen noch Schnittbilder machen, ich muss noch die Kamera aufstellen und du bist die ganze Zeit so, can I eat now? I'm, I'm like really, really hungry. No, you can't eat right now, cause I have to do the vlog, vlog, I'm gonna hit you in your face, what now? Und dann denkst du so, ich will doch einfach nur hier sitzen, ich will doch einfach nur die, die Rockstar Suite genießen. Und Gitarre spielen und meine Platten hören. Oh, der kleine Pisstümpel hier. Guck mal, wie viele Leute in den kleinen Pisstümpel hier. Das geht gar nicht, Leute. Also, ne, jetzt ist wirklich klar, das ist hier nicht eine Nummer, wo ich einfach nur lästere, weil ich lustig sein will. Das meine ich wirklich, es kommt von Herzen, Leute. Ich finde alles an diesem Schiff schrecklich. Da hätte ich so keinen Bock, das ist wirklich das Gegenteil, was ich will, im Urlaub. Da zu sitzen, guck mal, und alles voll mit Leuten und dann dieses kleine, guck mal, wie der sitzt. Es ist nur so, das ist einfach nur, kannst du sitzen, es ist, äh, das ist irgendwie ganz komisch, die Nummer. Glen John. Warte mal, DJ Glen John würde ich mal auschecken. Ist bestimmt so ein buchbarer DJ, warte ich, für so Hochzeiten und so. Glen John. DJ Glen John, DJ South of France. Es ist Glen John. Guck, sein Logo ist auch da. Hier sehe ich, Glen John. Ich bin DJ, ich bin Glen John. Professional Event, Party and Wedding DJ. Ich hab's gewusst. Das war so klar. Guck, hat er immer sein Laptop dabei. Glen John. Nice. Hat auch ein Mix und so. Naja gut, no hate. Glen John, alles Gute dir. Hier chillst du auch. Now we've really got to check out one of my favorite areas of any ship. Die Propeller. The Stern. Oh, da, da hab ich immer Angst, ne? Das macht mir Angst. Kennt ihr, fühlt ihr das? Ich hab ja eh so ein bisschen Angst vor so tiefem Wasser, wenn ich nicht weiß, was drunter ist. Da hab ich, das macht mir immer Angst, so, wenn ich so die, das Hinterteil von großen Schiffen so, wo du weißt, wenn du da reinfällst, dann da sind die Turbinen und das aufgedingste Wasser und so. Ah, das find ich ganz schlimm. Ja. Weil, ich werd bestimmt nicht durch eins dieser Löcher fallen. Ach geil, du hast dann so schockt. Leute, das sieht aus wie die Kantine der Universität Bottrop. So. Mehr oder weniger. Buffet. Thankfully, it's far from that and provides a plethora of made-to-ordered dishes to choose from. I really like how each station is its own little cafe. All-day breakfast ist ja voll mein Ding tatsächlich. Das vermisse ich ja in Deutschland. Warum ist das in Deutschland kein Ding, all-day breakfast? Warum ist das nur in Amerika und England und Irland so ein Ding? Warum ist das bei euch nicht ein Ding? Ein all-day breakfast ist immer geil. Was gibt's so Bacon, Chicken, Toast? Hm? Gibt's schon. Kann man nicht sogar ein Auto kaufen für 15.000 Euro? Ich will die Pizza sehen. Sehr gemütlich hier, ne? So, da genau im Schatten hier. Ganz schlimm, hier kann man, kann man hier, ich weiß nicht, ich find's ganz, ich find's so ungemütlich. Ja, kann man machen, kann man machen. Da geben wir eine Eins für, oder? Da geben wir eine Eins für in den Chat. Die kann man essen. Die würde ich essen hier, ist lecker. Die würde ich schon abolieren. Die sieht nicht so gut aus. Zu viel Käse. Aber würden wir essen, würden wir essen. Leckisch, leckisch. Wollen wir ehrlich sein, ich würde wahrscheinlich jeden Tag einfach Pizza essen. Fertig. Ich würde nur Pizza essen und die ganze Zeit Champagner trinken. Das ist ja mein Ding. Ich würde da hingehen und immer auch, wenn mich jemand fragt, warum ich die ganze Zeit Champagner nachbestelle, würde ich sagen, Ich bin ein Rockstar, ich bin ein Rockstar. 15,000 Euro, fuck you, Pizza. Ich will essen so meine Pizza. Fill it up. Fill it up. Und auf dem Tisch, auf dem Tisch laufen natürlich. Für Dessert, we spy an Ice-Cream-Stand. Let me tell Ice-Cream. Cooles Design. Adjacent to the Pizza-Place. The selection isn't outstanding, but it sure hits the spot. Mit John Glenn abhängen. Auf jeden. Ey, ich bin der Erste, der nach Feierabend zu John Glenn rübergeht und mit ihm eine Kippe raucht. Ja, Mann, ist scheiße hier, oder? Ja, ist total scheiße. Aber ich weiß nicht, ich bin DJ. John Glenn. So, if Fitness is your thing, or you want to counteract all this incredible food on board, there's an array of options for you. There's a fully equipped gym, along with several classes, which unfortunately were fully booked. But my favorite is outside. Ja, da kann man nicht meckern, das war schon nice. Oh, kann man Basketball spielen? Ist auf jeden Fall nicht ein NBA-Regulation-Court, aber okay. And no, it's not the Basketball-Court. Das Gym, das Gym sah auch nice was, wir sind nicht nur am Motzen. Das Gym, muss ich sagen, da waren echt viele Laufbänder auch hier, ne? Guck mal, also, Fahrräder und hier, das sind schon ordentlich viele Laufbänder für so eine, und diese Stepper-Dinger, hasse ich ja, ne? Diese Step-Teile da. Warum, warum machen überhaupt Leute im Gym diese Step-Dinger? Ich finde, Laufen viel weniger anstrengend und es ist doch, die gleichen Kalorien verbrennt man da. Das verstehe ich immer nicht, diese Leute, die das hier machen. Das ist viel anstrengender und man verbrennt genauso viele Kalorien, wenn du läufst einfach. Besser für Booty? Ach so. Gelenke schonender, okay, das lasse ich durchgehen. Aber mein Booty ist halt nice schon, weißt du? But my favorite is outside, and no, it's not the basketball court, though that's really cool, but it's the running track on Deck 17. Auch nice, auch nice, aber ja, diese rote Farbe finde ich komisch, aber das finde ich auch ganz cool. Aber warum sind die bei jeder Moderation nüchtern? Die sind ja nur am Saufen. Die sind doch nur am Saufen. Ja klar, klassischer Gin mit Champagner und in einem heißen Hop-Tab. Ich werde total besoffen. Weißt du, ich werde wirklich so jemand, ich gehe so mit der Kamera dahin und plane so einen Vlog und mache original so das erste Essen und das Ankommen und so drehe ich noch so richtig mit Schnittbildern und so und dann mache ich einfach, vier Tage drehe ich nicht und sauf. Und dann am letzten Tag versuche ich irgendwie noch so Alibi-mäßig so, war geil, aber die Kamera war kaputt. Irgendwie, naja. Äh, äh. So in der Richtung. Aber irgendwie finde ich, man sieht halt nicht wirklich das mehr von dem Wochenende. Weißt du, was ich meine? Das ist zu viel Obstruction. Also schon, ne? Warte mal, mehr Anstrengung gleich, aber gleiche Kalorienverbrennung versetzt den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Ja, ja, ich habe schon vorhin getückt. Aber guck mal hier, also ich finde so ein Hot Tub schon nice, so auf dem Deck und so, aber ich finde irgendwie, hier ist mir zu viel so im Weg, dass ich das mehr sehen kann. Das Malik won't drink itself. Ah! Where did that go? It went up over there. Next, let's make... Oh mein Gott. Der ist irgendwo hingeflogen. Wir wissen gar nicht, wo. It's so Rockstar. Millie, Hendrix und Tonic. Naughty boy. So quirky. Was hat der denn, was ist das für ein Gestänge eigentlich? Ist das der längste Selfie-Stick der Welt? Was ist denn das? Warum? Womit? Der hat das immer. Der steuert das irgendwie so. Das ist ein 360-Grad-Ding. Aber wieso ist das so weit? Also ist das so voll der lange... Ist das so voll der lange Stock? Oder was ist da los? Langer Stab. Okay. Bruder Weitwinkel. Okay, Bruder. It's about time to get ready for tonight's plans. I've been meaning to try this incredible looking bath. I mean, it's just frankly special to have such a gorgeous bathroom on board a ship. Vielleicht checken wir dir die Armaturen, ne? After a relaxing soak and a daydream of Timberlands and NASA Hoodies, it's time to head to dinner. Tonight we're continuing the Italian theme and head to Extra Virgin, the ship's specialist Italian joint on deck 6. Auch so bei den Copyright Free Musik einfach eingegeben. Italian 100% und dann so bei Stock Music als erstbeste genommen, ne? Digga, 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 digga. Sag ich, ich bin echt in Lester Laune. Ich hab auch wirklich... Ich mein, ich mein das alles nicht böse. Ich hab nichts gegen diese Person privat. Ist alles ein bisschen Comedy auch, das wisst ihr, ne? Sonst krieg ich hier ein schlechtes Gewissen. Ich bin nicht hier... Ich will nicht hier wie so ein Mobber rüberkommen. Aber es bietet sich einfach so an bei diesem Video. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Äh, Antipasto? Ist es nicht Antipasti? Will jetzt nicht zu viel klug scheißen, aber ich dachte, es heißt Antipasti. Es gibt Affetati Misti. Was ist das, äh? Ich verstehe das ganze Menü und ich hätte da voll lang gebraucht. Schönen Sie das? Kann man die Nudeln dann noch auswählen? Wir gucken mal. Guck, schon wieder einen saufen. Die haben doch gerade einen Gin Tonic getrunken. Die müssen doch besoffen sein. Digger, das ist nachts um vier bei KFC. Habe ich schon besseres Essen gesehen. Vom Aussehen her. Das ist Bottrop am Bahnhof. Bei der Alkikaschämme. Hinten hat Erika, mach nochmal die Fritteuse heiß. Dann kriegst du das hier auf den Teller. Mit Liebe. Das sieht aufgewärmt aus und nicht frisch gekocht. Mit Sahne. Jeder Italiener gerade. Nein. Horror. Das geht nicht. So geht eine Carbohara nicht. Das ist mit Sahne die Carbohara. Ehrenlos. Sehe ich hier auch schon. Also, ne, nochmal. Sorry, wenn ich wirklich wirke, als würde ich nur Sachen suchen zum Lästern. Aber das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Das ist auch keine gute Bolo. Das sehe ich jetzt hier schon, dass es nicht richtig haftet, dass es flüssig ist. Guck mal. Du siehst hier, dass es flüssig ist. Das ist überhaupt nicht. Das ist nicht so richtig. Das ist zu viel Flüssigkeit. Das ist nicht gut. Shrimp in Suppe, genau. Aber wahrscheinlich schmeckt es trotzdem gut. Da ist bestimmt viel Salz und so. Das schmeckt bestimmt nice. Aber ich meine halt, ne? 15.000 Euro. I'm just saying. Das sieht wahrscheinlich wieder gut aus. Das ist die Ricotta Bambolini und die Chocolate Olive Oil Cake. Warum sehen die Desserts immer gut aus und der Rest scheiße? Ist das so? Ey Leute, eigentlich müsste ich wegen diesem Video heute muss ich einfach meinen nächsten Urlaub, gehe ich alleine auf eine Kreuzfahrtschiff und dann mache ich da Vlogs. Und ich rede die ganze Zeit wie er. Oh Gott, die Manor Nightclub. It's going to be crazy. It's going to be... Seid ihr bereit, Leute? Wird bestimmt gleich übergedanced und so. Oh, Manor Nightclub. Ey, guck mal. Wo sich 50-Jährige und 20-Jährige treffen. Let's go. Okay, aber ich dachte, das ist ja ein Tanzclub, also ein Club. DJ John Glenn, alle. Warum sind alle rot angezogen? Oh, das ist eine Motto-Party, ne? Die sind alle rot angezogen wegen Motto-Party, ne? Bah. Wer auf dem Schiff war, heißt daher nicht mehr Virgin. Du, ganz ehrlich, bin ich mir gar nicht so sicher. Okay, aber das finde ich wieder ein bisschen sympathisch. Das finde ich lustig. Die sind die einzigen, die nicht rot angezogen sind. Die sind die einzigen, die die E-Mail nicht bekommen haben, oder was? Die und DJ John Glenn. Boah, ich hätte so keinen Bock. Das ist alles so cringe, Mann. Ja. Äh. Okay, warte mal. Deine laute Billo-EDM-Musik kann auch nicht drüber wegtäuschen, dass hier alle einfach nur stehen. Und die Laser und so. Hier stehen alle. Die stehen einfach. Drei Leute machen so. Oh, jetzt erst mal ein Rockstar-Feierabend, oder? Schönen Rockstar-Feierabend. Ein bisschen Gitarre, ein bisschen Lady Gaga. Well, with that, another incredible evening here on the ship. What did you think, Millie? What did you think to the drag show, the party? Jetzt darf Millie auch mal was sagen. Äh, 20 Minuten into video. Darf sie auch mal was sagen. Deck, the pool party. I love the drag show. Yeah, well, it's a lot of fun. And now it's time to settle in for the night. Okay. Tomorrow he'll be arriving in Caribbean, or the Caribbean to my American friends. Caribbean, Caribbean heißt das doch. Das heißt doch Caribbean. Und die Amis sagen Caribbean, oder was? Haben sie doch nicht mehr alle. Rockstar. Sorry. Jetzt wird's albern sein. Geht das automatisch auf? Ach, der hat hier sogar so eine Zeitliste unten gemacht. Das habe ich gar nicht gerafft. Da ist das Schiff. Well, es ist breit und früh und ein sehr guten Morgen zu dir. Es ist 7 Uhr. Und wir sind jetzt in die Bahamas gekommen. Ich bin jetzt in die Bahamas gekommen. We've got lots of exploring to do later, but first it's brekkie time. Brekkie time. Es geht schon brekkie. Was ist das denn? Another perk of being an... Was ist das? Ist da das Frühstück? Das ist einfach... Das ist ein Sack... Das ist ein Sack Rührei. Das ist einfach ein Sack voll Rührei. Mega Rockstar Suite is the inclusive room service breakfast, which... Ach so, dreckige Wäsche. Okay, gut. Aber er hätte auch ein Sack voll Rührei sein können. Finde ich. Ne? Enjoyed out on our balcony. Just make sure you order before midnight the night before. Der sieht ein bisschen verkatert aus. Der ist... Der ist verkatert. Ich sag's euch. So, was haben wir ordert? Doch, das Frühstück ist in der Tasche drin. Ich hatte recht. Das Frühstück ist in der Tasche drin. Toast with roasted banana and maple syrup and of course also a selection of fresh pastries. Definitely a strong way to start the day in the Bahamas. Ich bin ja kein Fan von so Pastries zum Frühstück, ne? In Portugal ist das ja auch überall so. Ich bin ja gar nicht... Ich mag nicht diese super süßen Sachen. So super süß und deftige Sachen zum Frühstück kann ich gar nicht haben. So, let's talk cost. The cost of this trip is usually 15.120 dollars. However, I booked this through my friends Jarvis and Camara over at theluxurytraveller.com allowing me to save over 1.000 dollars. Also siehst du, jetzt hiermit hab ich jetzt ein Problem. Er hat ganz am Anfang vom Video gesagt, hey, ich bin hier unbezahlt. Ich mach quasi, die wissen nicht, dass ich hier bin und mach das. Ich bin ganz normaler Gast. So, jetzt aber am Ende des Videos sagt er, ja, mein guter Freund, der diese Seite hat, bei dem hab ich's billiger bekommen. Hm, was ja auch irgendwo Werbung ist, wenn man jetzt mal ganz genau, äh, guckt, ne? Also, wer weiß denn, aber da vielleicht nicht auch die Reise umsonst bekommen hat, weil dieses Placement ist natürlich locker, mindestens 15.000 Euro wert, bei einem Video mit 700.000 Views. Just saying! Ja, warum? Ich hätt jetzt reingeschrieben, war scheiße, aber Champagner war okay. Ich will auch mal auf die Bahamas, Alter. It seems strange to arrive into another country with no passport checks, but hey, I'm not complaining. We'll take the little road train over to the Virgin Voyages Beach Club for an afternoon of relaxation. I don't know. Also, wenn man jetzt mit der Raffaello-Werbung vergleicht, ne? Ist ein bisschen ernüchternd da, wenn du mit deinem kleinen, äh, wo du mit deinem kleinen Straßenzug da fährst und das sind hier so ein bisschen, so nicht mal eine Palme, nix. So ein Club, weiß ich auch nicht. Naja. Ja, paar Palmen sind da. Gut. Also, ich hätt auch 80 Euro für die Reise bezahlt. Ist gut, da ist man... Oh, ja, Horror. So, Bar. Rockstar-Retreat. Okay, das ist ein bisschen nice. Ist schon geil, so dieses blaue, zu blaues Meer und Palmen ist schon so ein Ding. Hab ich ja noch nie gehabt, ne? Ich war noch nie so Malediven, Bahamas oder so. Ich hab noch nie irgendwie sowas, ich war noch nie so weit weg. Ich hab noch nie irgendwie sowas gemacht. Das ist die Abmord. Der hatte keinen Bock mehr, glaub ich. Miami, but most importantly, Millie, what did you think of the experience? I don't wanna leave. We really don't, do we? But unfortunately, all good things must come to an end. Thank you so much for watching and we'll catch you all again. Ich fand Millie ja, also, ja, hat die wichtigsten Sachen gesagt. Ja gut, Leute, das war's mit dem Video. Ich weiß, ich hoffe, ich hab euch nicht zu viel versprochen. Also, ich muss das erst mal. Wir müssen auf jeden Fall. Mach mal einen kleinen Shout zum Abschluss hier an DJ Glenn John. Mach weiter so. Mix weiter die Platten, geil.